Servus beinand, ich möchte euch recht herzlich vom Echostüberl am wunderschönen Königsee begrüßen. Die derzeitige Dühle ist echt atemberaubend und man hat das Gefühl, die Natur erholt sich in noch nie dagewesenen Art und Weise. Sogar die Gamsen haben sich gespannt, dass irgendwas anders ist als sonst und kommen teilweise wieder runter bis ins Tal. So beängstigend die Situation ist und die Welt scheinbar zum Stillstand bringt, genauso beruhigend und besonders ist es, unsere viel zu wenig beachtete Umwelt wieder aufleben zu sehen. Wir vom Echostüberl nutzen die Zeit, um wieder alles auf vorne anzubringen und freuen uns ganz besonders, euch wieder bewirten zu dürfen. Also bleibt gesund und hoffentlich bis bald. Euer Echostüberl Team. Winkt's einmal! Also, alles Gute! Danke!